Hallo liebe Sportfans, da ist der Paul Bizerer. Ich bin sehr froh, dass ich das Sportjahr Graz unterstützen darf und möchte euch dazu motivieren, mehr Sport zu betreiben. Ich bin zwar alles andere als ein Spitzensportler, aber mir hilft es sehr dabei, den Kopf freizukriegen von überschüssiger Energie und gleichzeitig aber auch neue Kraft zu schöpfen und kreativ zu sein. Oft braucht es gar nicht viel, es sind meistens ein paar einfache Übungen, die einem dabei helfen, agiler zu werden und glaubt mir, es hilft euch wirklich. Man fühlt sich definitiv besser und du bist stärker und agiler für neue Aufgaben. Ich hoffe, ihr werdet aktiv und haut euch ins Zeig. Glaubt mir, es bringt sich was und in diesem Sinne, let's go Graz!